Fenerbahce. Weil? Weil es besser sein wird. Auf jeden Fall Fenerbahce. Ich sage 3 zu 0. Und warum? Weil Fenerbahce das bessere Team ist. Ich glaube Fenerbahce, obwohl ich Sturm gewinnen bin. Und warum? Aber ich hoffe, dass er Sturm gewinnt. Was müsste Sturm tun, um zu gewinnen? Ich halte meine Realität wieder können. Sturm besser ist. Warum? Wenn wir einfach die besseren Autos sind und im Hinspiel schon gute Leistung gezeigt haben. Ich glaube, dass Fenerbahce gewinnen wird. Aber ich hoffe natürlich auf die Sturm Jungs. Warum glauben Sie das? Ich glaube, dass Fenerbahce gewinnen wird, weil sie einfach die stärkere Mannschaft haben. Aber Sturm zeigt in letzter Zeit jetzt großen Kampfgeist. Und wenn wir das gut machen, können wir das durchaus hoffentlich mit einem 3 zu 2 gewinnen.